wieder schon portal gesprung jetzt aber hier in so was für eine höhle interessant ob das vielleicht jetzt diese wie soll ich sagen so ein bergwerk war und hier kriegen sie die kristalle her mal schauen auch wenn nichts war ist die schon interessant aus wird gern wissen wo wir genau sind jetzt ob wir jetzt zum nächsten stein ding geflogen und teleportiert worden sind oder ob wir jetzt ganz anders sind vielleicht auch eine ganz andere welt hier waren aber schon mal leute gewesen hier ist dieser so ein mega portal interessant und das ist eine arena sogar da sind super also es ist doch eine arena wollte mich verarschen warte dann erst mal check ich habe nichts an waffen verloren kann ja sein durch die teleportation irgendwie sieht nicht so gut aus von der menge her das ist auch irgendwie klar dass man sich auch zurück abstoßen kann ich habe schon gedrückt was war das andere das geräusch macht das ding hier okay ich dachte so hier irgendwie von der aufklärung die musik erinnert mich gerade ziemlich stark an bollens 1 und teile von bollens 3 muss ich auch mal let's plan für euch von bollens 1 und 1 nicht aber bollens 2 und pre-sequel kann ich auch 5k spielen mit max settings sogar und 60 fps an dieser stelle auch den hinweis ich habe eine liste veröffentlicht an dieser stelle noch mal den hinweis ich habe eine liste in der video beschreibung ok cool ich will auch wlan laden strom ding haben dann könnt ihr gucken welche spiele überhaupt in frage kommen die 5k supporten bei mir auch ohne probleme vor allem auch an 21 zu machen das ist ja auch nochmal was anderes und ich ergänze die liste hin und wieder mal aber wegen epic zum beispiel kriegt man auch jede woche ein bis drei spiele umsonst ist es da bin ich ein bisschen faul muss ich zugeben und allmählich habe ich einen verdacht wenn ich den teleporter einschalte kommt was sideways wild holdings bis draft key keine ahnung gedrückt lasst auch gerne ein abo da am besten mit einer glocke dann geklickt dann seid ihr immer auf den laufenden wenn ich ein neues video hochlade zweimal freitags früh nur zwischendurch wenn ich spezielle videos habe die keine richtige let's play sind oder halt wenn ich was anderes plane weil ich bin auch am gucken wie fühle ich am besten die videos veröffentliche also ich dachte schon dann auch mal an anderen tagen vielleicht auch zu anderen ruhezeiten war es das jetzt achso auf ich bin stecken geblieben ich bin stecken geblieben ich bin stecken geblieben oh gott alter nein 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 ich kann nicht double jumpen so alter schön das will man oh diese kleinen headcrabs alter übertreibt man es nicht alle hopp alle hopp alle hopp nein 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 die rakete soll zurückkommen ja lass mich hier schön das ich nicht raketen kriege ja man sieht hier ach da links man sieht die 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 headcrabs auch nicht ey 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 alle hopp ja ob die wissenschaftler wissen dass hier sowas ist oder warum haben sie eben ein paar kisten gesporen ok ich schneide die raketen ja ich muss wieder durch scrollen so ich hab nur aus dem dick verloren irgendwo dahinter wieder war's da schon mal doch da ist ein loch jetzt es ist die frage habe ich ihn gekillt oder ist er geflüchtet und ich vermute leider das letztere ja da hat gar keine munition Mist warte der teleport hat er ja komplett geschwartet ich brauche aber für diese waffe irgendwie munition das ist nicht echt vor allem war es eins ich glaube ja noch das hier der uns heilt schon cool das ist 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 Wenn die Taschenlampe nicht mal hier richtig funktioniert.